Ausnahmezustand in Wien. In der Hofburg geht in Kürze der von der FPÖ organisierte Akademikerball über die Bühne. Eine umstrittene Veranstaltung, auf der auch Besucher aus extrem rechten Kreisen tanzen sollen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Wir haben im ZIP-Magazin bereits berichtet. Vor kurzem ist es dann auch zu heftigen Handgreiflichkeiten gekommen und es gibt bereits mehrere Festnahmen. Für Kritik sorgt ein Vermummungsverbot innerhalb Wien und eine größere Sperrzone als beim Besuch des amerikanischen Präsidenten. Es geht im Wesentlichen darum, dass sich Leute in den Prunkräumen treffen, die wir meinen, dass sie als Rechtsextreme hier nichts zu suchen haben. Journalisten sind am Ball der Burschenschaft, übrigens nicht erlaubt zu ihrem eigenen Schutz, wie es heißt.